Ich habe das Gefühl, dass das Remastered vielleicht doch schwerer gemacht ist. Als das Original. Weil, ihr habt es ja gesehen, ich bin da permanent nur auf dem Zahnfleisch gegangen. Und das ist auf Dauer nicht schön. Wo ist denn der Linus? Meine Fresse. Wird er nicht am Strand sein? Ich muss sowieso gleich nochmal in die Mine hier. Weil ich Käferfleisch brauche. Das Käferfleisch kann man Köder machen. So, die Küste ist schon wieder weggegangen, oder was? Die ist schon lange weg. Die hat vorhin Tschüss gesagt. Ja, ich weiß. Die wollten nämlich mit mir nochmal eine Runde Razzy 5 spielen. Oh. Stimmt, beim Schwimmbad. Da spannt er ja auch immer rum. Linus, weg vom Schwimmbad. Das ist mein Job. Obwohl nie jemand im Schwimmbad ist. Ich glaube, mit der Penny kannst du beim Vier-Herzen-Event mal mit ihr ins Schwimmbad gehen. Gerade wenn du im ersten Jahr auf eine große Farn gehst, ist das Schwimmbad absolut wichtig, weil du da die Energie regenerieren kannst. Echt, im Schwimmbad? Kannst du Energie regenerieren? Krass. Das wusste ich nicht. Wettel? Ne, ich habe mir immer aus den Sachen, die ich gefunden habe, habe ich mir immer Müsliriegel gemacht. Das reicht. Ich meine, wenn du Bäume abfällst, kriegst du so viele Nüsse und machst Müsliriegel draus. Ja, klar. Geht auch. Das lief. Die Krabbenschleusen finde ich mega teuer für 1500. Ja, das stimmt. Die sind recht teuer. Nach einer Weile kannst du die aber selbst bauen. In der Herstellung sind die aber auch recht teuer, meine ich, oder? Die kosten drei Eisenbahnen und 40 Holz. Drei Eisenbahnen ist am Anfang viel. Ja. Musst aber auch mal bedenken, die rentieren sich oft mit der Zeit, weil ich meine, die sind das ganze Jahr jetzt da drin und jeden Tag findest du da irgendwas. Ob nun Müll oder... Ja, bei der Pisch hast du aber fünfmal hintereinander eine Zeitung oder so. Ja, aber du kannst hier, äh, du kannst hier, ähm, wie heißt's? Recycling kriegst du eine Fackel aus einer Zeitung. Geil. Ja, also, aber ich hab da eigentlich relativ häufig, ähm, also am Meer find ich mehr Müll, aber ich muss sagen, ähm, sag mal, wo ist denn jetzt dieses... Was suchst du denn? Ich suche eigentlich das Schwimmbad. Du musst wieder hoch zu Linus. Also... Nördlich von Robins Haus. Auf jeden Fall, ähm, trotzdem, ich weiß, die sind teuer, da hab ich mir auch wieder, wie gesagt, die hab ich mir selbst gebastelt. Hab mir aber auch ein paar bei Willi gekauft, ähm, aber auf Dauer rentieren die sich eigentlich, wenn man's mal ganz ehrlich betrachtet. Und im Fluss, die eine, die hat ziemlich häufig Schnecken und Fische und so ein Kram, also... Ja, also ich bin aber trotzdem kein Krabbenreusen-Fan. Ja, ich hab mir sechs Stück, ich hab fünf an den See gesetzt und... Ja, ist in Ordnung. Hab ich mir gedacht, das tut nicht weh. Oh, du hast mir gebracht, wonach ich gefragt habe. Sieht perfekt aus. Danke, hier ist etwas für deine Mühen. Find ich super, dass der mich bezahlen kann. Zack. Ähm. Find ich komisch, dass der mich bezahlen kann. Aber okay. Ja, da wohnt einer an der Hauptstraße. Ja, ja, dafür hab ich alles in der Nähe, ne. Ich wohne wirklich im Industriegebiet. Ähm, links eine Jack-Tank-Stelle. Dann gehst du ein bisschen weiter, ist ein McDonalds. Dann gehst du ein bisschen weiter, da ist eine kleine, da sind die Johanniter. Neben den Johannittern ist dann ein KFC. Dann gehst du weiter, ist noch ein Musikhaus. Also nur ein Frestempel, oder was? Wie gesagt, Musikhaus ist da noch da. Ähm, dann ist da noch ein Casino da. Eine kleine Diskothek ist da. Unten drunter ist noch ein Burger King. Ähm, etwas weiter ist da noch so ein Sport Ebert. Und hinter dem Sport Ebert ist da noch die Polizeistation. Also hier ist wirklich alles in der Nähe. Gegenüber ist ein Bettengeschäft. Rechts gegenüber ist ein Bauhaus. Ein Schulladen, eine Kegelbahn. Ähm, Lidl, Rewe, Algi. Schulladen. Alles innerhalb von 500 Metern. Ich hab drei bekommen als Bündelbelohnung. Okay. Ja, gibt's auch, genau. Du kriegst drei Krabbenhäusen geschenkt später. Stimmt. Genau. War das das? Das könnte sogar sein. So, Viehzüchter und Ackerbauer. Hofarbeitsstufe 5. Ich nehm Ackerbauer. Acker, 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 Acker. Ja, ich denke mal schon. Acker. Acker Match. Deine Stahlachs ist bereit. Super. Sascha, ich würde dir gerne einen Kürbis abkaufen. Meine Tochter und ich wollten für die kommende Geisternach gerne eine Kürbislaterne schnitzen. Ja, natürlich. Kannst du haben. Ähm, wie viele Kürbisse habe ich eigentlich? Bei der Caroline habe ich mir auch immer schwer getan. Also, die auf Herzen zu bekommen. Caroline, Marnie und Harvey. Harvey habe ich auch nie. Der Harvey, der Drecksack, der kommt nie raus. Ach so, der. Okay. Die machen 15 Uhr schon die Praxis zu. Ja. So ist das. Das sind Arbeitszeiten, ne? Morgens erst um 9 Uhr anfangen. Mittags um 15 Uhr der Hammer fallen lassen. Geil. Naja, aber der sagt ja auch, er hat ja nicht viele Patienten und das ist ein Doktor. Ja. Also, ist halt so. Weil die Maru arbeitet bei ihm. Das stimmt. Das fand ich ein bisschen verstört, dass sie auf einmal im Krankenschwester-Outfit vor mir stand. Ich so, oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Bei mir hat Sean die meisten Herzen. Ich finde Sean ultra röslich. Ah, plötzlich habe ich Schmerzen. Ah, Maru, guck mal nach. Ich habe da so eine Verspannung in der Leiste. Wie war das bei den Simpsons? Barneys Film hat Herz, aber der Football in der Leiste hat nun mal einen Football in der Leiste. Bei mir hat Shane die meisten Herzen und Pam. Ja klar, weil die ja immer in der Kneipe rumhängen. Shane. Das stimmt. Das ist so. Ich gehe fast jeden Abend in die Kneipe allein, um den ganzen Leuten zu quatschen. Oh ja, Joja-Cola aus dem Mülleimer. Geil, die kannst du Alex schenken. Nee, nicht Alex, Sam. Sam mag die. Das stimmt. Alter, der Alex, am liebsten würde ich dem die Eier treten, diesen Penner. Er hat mir letztens eine Frage gestellt über seine Frisur. Und dann hat er gesagt, warum willst du die ändern? Er ist so ein eingebildeter Sack. Egal was für eine Antwort du bekommst, so richtig selbstverliebt. Oh, so ein kotnaschender Kackbratzen. Ich dachte mir so, willst du mich verarschen? Du Haufstück Scheiße. Guck mal, wie du bist. Das ist das Einzige, was du spielen kannst mit deinem eigenen Ball, du Penner. Und ständig hängt er bei der Harley rum. Bei der Ha... Bei der Hayley rum. Alter, da habe ich mir gedacht, den, den, den klaust du, die Hayley. Weißt du, da gibt es nicht so viel Mühe. Und dann kommt so ein kleiner Lümmelbauer wie ich und dann zapp, zapp. Und dann zapp, zapp, zirapp, zapp. Abgerippt. Ha! Alter, ich schwör's dir, bei meiner Hochzeit nämlich... Bei der Hochzeit mit der Hayley nämlich ein BH von dem Klatsch, dem Penner, dem die ins Gesicht und sagt... Aha! Das ist das Einzige, was du von dir sehen wirst, du Pissnelke. Eingebildeter Fatzke. Also entgegen dem ersten Eindruck, ne, wird die Hayley später zur richtig sympathischen Bäuerin, ne? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich weiß nur, ich weiß nur, dass die, dass die Herz-Events dann doch eigentlich bescheiden ist. Naja, du musst mal, also wenn's, wenn's mal soweit ist bei dir mit der Hayley, musst du mal gucken, was sie noch alles so abzieht. Ich find's halt immer so... Ich fand's halt wirklich so verlockend, ihr diese Arschloch-Antworten zu geben. Was soll ich denn heute machen? Ist es zu kalt für'n Schrank jetzt? Hör auf, ein Jammerlappen zu sein. Ist die Frage, kann man sich da die Leute vielleicht ein bisschen anziehen? Weißt du, was ich meine? Nein. Nein, nein, nein. Dass man sagt, okay, du hast Herzen und dann stellen sie dir Fragen und dann kannst du dir die Persönlichkeit so ein bisschen steuern? Nee, kannst du nicht. Die Antworten, die du gibst, beeinflussen nur, äh, wie viele Herzen du dazu oder abgezogen hast. Oh, okay. Äh, jetzt hab ich vergessen, was ich wollte. Erstmal den Müll. Ich krieg ganz viele Kupfer, äh, ganz viele hier, ganz viele Quarz, verfeinerter Quarzbachten krieg ich immer raus. Also im ganzen Scheiß. Ich wollte auf jeden Fall noch mal in die Mine, weil ich Käferfleisch brauche. Aber guck mal, ich hab jetzt ganz viel Hummer hier. Flusskrebs, Hummer. Kann man nicht meckern. Ich glaub, wenn ich das verkaufe, wird's richtig, wird's richtig Kohle. So, warte mal, die Jo, die Carolyn brauchen Kürbis. Die Carolyn ist die Mutter von der Abigail. Die hat, die hat pinke Haare, mein Freund. Pinke Haare. Ich fand's halt immer lustig, als sie gesagt... Die Carolyn, nee, die hat grüne Haare. Achso, die Carolyn stimmt. Ich will meine Haare färben. Was willst du denn so bei der Abigail, hab ich gesagt, wie wär's mit einem krassen Pink? Warte mal, wenn ich der... Ich glaub, bei der Harvey hab ich so viele Herzen, weil ich ihr Dingsbums gegeben hab. Ich glaub, ich hab ihr die Edelwicken gegeben, aber die Edelwicken hatten teilweise einen goldenen Stern. Ja, je besser die Qualität von dem Produkt ist, umso mehr Herzen kriegst du auch dazu. Also quasi als Bonus oben drauf. Ich weiß halt nur nicht, was die jetzt... Was die jetzt... Was ich ihr jetzt geben kann, weil ich hab nämlich keine Edelwicken mehr. Ich glaub, wenn du... Wenn du Abigail zum Beispiel einen goldenen Kürbis zu ihrem Geburtstag schenkst, kriegst dreieinhalb Herzen oder so auf einmal. Oder vier. Boah, boah, übel, übel, Mann. Ja, weil Geburtstag zählt ja siebenfach. Ich glaub, die Recyclingmaschine kriegst du nach einer Weile automatisch. Das ist so ein Level-Up-Ding. Kriegst du beim Angeln. Das hatte nämlich der Saber Zero auch. Der ist ja bei uns auf der Gemeinschaft zwar der Angler, der auch das meiste Geld einbringt. Und da muss ich halt sagen, der gibt ordentlich Asche. So, ich wollte nie Mine. Ja, das mach ich jetzt auch. Das könnte ich so in den ganzen Tag nur ackern und die Kohle nach Hause bringen auf so einer riesigen Farm. Und ich bin derjenige, der es verprasst ist. Im letzten Stream kam ich mir so richtig schäbig vor. Richtig schäbig. Weil irgendwie alle haben so... Der eine hat die Farm verbessert, der andere hat irgendwie... Der andere hat irgendwie halt den ganzen Satz Geld reingeschafft. Und ich war derjenige, der es immer ausgegeben hat. Ich mein, du kriegst aber auch eine Recyclingmaschine. Also ich hab sie durchs Angeln bekommen. Auch mal eine geschenkt oder so. Nenni, ich mein, du kriegst das Rezept, dass du die craften kannst. Ja klar, aber du kriegst, soweit ich weiß, kriegst du auch eine geschenkt von... So, geh ich mal in Stufe 15. Vom Center da, wenn du die Dinger da abgibst. Ich will ja Käferfleisch finden. Hier die Bündelbelohnung. Ja, das kann sein. Ich hab da noch nicht so viel freigeschaltet, weil mir für viele Sachen einfach eine Sache fehlt. Wenn du jetzt hier zum Beispiel bei hier Gemeinschaftszentrum guckst. Bündelnutzpflanzen Frühling, da fehlt mir eine fucking Bohne. Genauso wie bei Bündelnutzpflanzen Sommer, da fehlt mir so eine scheiß Blaubeere. Ja, ist halt immer durf, wenn man es nicht weiß, muss man wieder eine ganze Saison warten. Oh, dann hab ich mir gedacht, wollt ihr mich eigentlich komplett verarschen? Ansonsten, Handwerker, läuft ganz gut. Exoten muss ich noch ein paar sammeln, aber da bin ich eigentlich auch ganz gut. Ich mein, Höhlenkarotte, zwei Pilze hätte ich frei, Kokosnuss, Kaktus, je nachdem. Winter ist halt noch nicht drin. Ich hab relativ viel Fisch. Da fehlt mir jetzt auch nicht mehr so viel. Da hab ich das, außer hier wirklich Nachtfischen, Flussfische und allem. Da muss ich auch nochmal genau nachgucken. Im Heizraum hab ich das erste Bündel fertig. Das andere Bündel, da fehlt mir noch die gefrorene Träne. Und der Feuerquartz. Abenteurer, da könnte ich natürlich schon was machen. Fledermaus, Flügel und Schleim. Oh, das könnte ich sogar machen. Ja, warte einfach ab, bis du in der Höhle, also in der Mine, ich glaub ab den Eisebenen, findest du häufig die Solaressenzen und die Schattenessenzen, findest du ab Stufe 80 oder so. Okay, ich bin ja erst ab Stufe 40 erst. Ja, ja, den Shit findest du später. Aber Fledermaus, Flügel und Schleim. 99, Schleim und... Tresor ist natürlich übel, ja, das ist krass. 10 Flügel. Tresor immer ganz zum Schluss. Wie gesagt, den hatte ich in meinem ersten Spielstand ziemlich schnell. Das find ich ganz cool. Das Gemeindehaus, wenn du ein Bündel komplett hast, wird das Gemeindehaus ein Stück weit repariert. Hm, ja, das ist toll. Ja, ich hab mir halt hier die Hofarbeit ein bisschen vernachlässigt und bin eher auf Abenteuer gegangen. In Stardew Valley, deswegen ist das bei mir ein bisschen ausgeprägter als mein Hof, sozusagen. Ich weiß nur nicht, was ich mit diesem verfeinerten Quarz machen soll. Davon hab ich jetzt mittlerweile so viel. Das Problem ist halt, es lohnt sich auch nicht, den zu verkaufen. Der bringt ja auch fast nix ein. Achso, Stahlspitzhack ist auch bereit. Ähm, warte mal, was brauchte ich denn? Ich brauch 10 Fledermausflügel. Und 99 von denen. Wunderbar. Ja, Silo hab ich relativ schnell gebaut. Da hab ich viel gefarmt und wollte unbedingt, ähm, Dingsbums haben. Ja, Silo ist auch wichtig für die Tiernahrung. Weil die bei Marni zu kaufen, da wärst du arm. Ja. Ich bin halt nur noch am überlegen, ob ich mir vielleicht mehr als zwei holen sollte. Silos? Ja. Ja, kommt drauf an, wie viele Tiere du hast, ne? So, wenn du später einen ausgebauten, voll ausgebauten Hühnerstall und einen Kuhstall hast. Äh, sag ich mal so, drei, vier Silos brauchst du schon, ne? Und halt viel Gras dann später zum Abernten. Na gut, krass. Aber mit dem, mit dem neuen Patch gibt's ja auch eine verbesserte Sense später. Spoil ich dich jetzt noch nicht zu sehr. Und da ist es dann noch mit dem Heu entspannter. Super. Stalax! Wunderbar, jetzt kann ich in den Wald. Supi. So, dann mach ich in der Gemeinde das nächste Spindel fertig. Und dann müsste ich eigentlich mal wieder in die Mine. Dann müsste ich mal ein paar Tage in der Mine verbringen, weil ich dringend wieder Kupfererz und Käferfleisch brauche. Ja, das Ding mit dem Lehm ist, Lehm kannst du besonders gut in der Mine farmen. Wenn du dir da so eine Ebene raussuchst, wo halt ganz viel Erde zum Umgraben ist. Ja, und dann halt einfach ausrastest mit der Schaufel. Also mit der Hacke. Also ich hab's mit der Hacke am Strand gemacht. Das hat zwar ewig gedauert, aber es hat irgendwie geklappt. Ja, geht auch. Aber in der Mine, da kannst du auch noch, wenn du Glück hast, ein paar schöne Dinge für Gunter finden. Das stimmt. Ich weiß nur nicht, was ich mit diesen Dingsbums machen soll. Heizraum, Heizraum. Und du musst halt immer auf diese Würmchen im Boden achten. Wenn da so rauskommt, dann musst du draufhacken. Da findest du meistens auch recht häufig so Sachen wie, da findest du wirklich relativ häufig Lehm. Ja, das stimmt. Da auch. So, ich hab das Bündel komplett. Was hab ich denn gefunden? Kleiner Magnetring. Das ist nicht schlecht. Der ist, der ist nice. Ja, aber den hab ich auch schon. Ach so. Erhöht sich die Range, wenn du zwei hast? Nein. Aber mit einem großen, äh, erhöht sie sich. Mit einem großen Magnetring. Äh, wie krieg ich den großen Magnetring? Muss finden. Ach so, okay. Das bedeutet... Monster Drops oder Kisten in der Höhle. Okay. Sprich, ich kann ruhig den einen Magnetring, den ich jetzt hab, verkaufen. Den kannst du weghauen, ja. Okay. Affen. Morgon, du bist die Einzige für mich. Ach, schade. Ringer und Schuhe und sowas kannst du aber auch, soweit ich weiß, nur beim, bei dem Typen in der, in der Abenteuergilde verkaufen. Ah, ich verstehe. Wie heißt er? Äh, Marlon. Also da kann ich auch Schuhe und so einen Scheiß verkaufen. Jo. Ah, okay. Aber bis jetzt hab ich das immer gesammelt, weil ich komm mit der Schleuder echt nicht klar. Die Schleuder. Und. Die Schleuder. Daher bin ich am überlegen. Oh, Zug fährt durch Stern total. Super. Nein, ich kann keine Kirschbomben bauen, sonst hätte ich versucht, den Zug mal in Gleisen zu lassen. Äh, das hab ich auch schon probiert. Geht nicht, ne? Nee. Das hab ich mir gedacht. Bringt das was, wenn du den mit Kirschbomben drauf haust? Nee, ne? Das bringt gar nix. Okay. Meistens wirft der Zug, wenn er überhaupt mal was abwirft, nur Schrott ab. Ja, bei mir hat er mal, äh, das letzte Mal hab ich hier richtig viel Eisenerz, äh, Eisenerz bekommen. Also sag das nicht. Echt? Da hast du Glück gehabt. Also mindestens fünf Stück oder so, da kann ich mindestens ein, zwei Eisenbarren draus machen. Das ist erstmal schön den Zug looten, wa? Na, der Zug bringt nix. Ähm, es kommt immer drauf an, was für ein Zug da durchfährt. Das sind jetzt alles geschlossene Waggons, da findest du nix. Manchmal transportiert er Güter und da fällt dann viel ab. Ja, ist random auch, glaub ich. Linus, du Spanner! Bitte reiß nicht mein Zelt ein. Nee, ich geh da erstmal rein kacken. Warum hat der denn Angst, dass man, das wär voll gemein. Ähm, also ich kann's mir hier in den Städten aktuell vorstellen. Da sind ja Leute immer gerade schön auf, ähm, auf Damage aus und Zerstörung und was weiß ich und fremden Eigentum zerstören. Aber im Sterntotal hab ich jetzt nicht so das Gefühl, dass da jemand irgendwie drauf erpirscht ist, den anderen, das ein oder andere zu zerstören. Können Sie nicht noch den Ring verticken? Na, egal. Ja, ich weiß nicht, ob der noch offen hat. Das ist schon 8 Uhr. Äh, bis 22 Uhr, glaub ich. Ah, ist egal, mach morgen. Ja, komm, ist egal, mach ich morgen. Das läuft mir ja nicht weg. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, der Kohleofen bringt so gut wie gar nichts, weil den hab ich bis jetzt noch nicht einmal gebraucht. So, hier runter kommt das, was ich verticken will. Ich will mal Quarz reinwerfen in die Kiste. Ich will mal gucken, wie viel er wirklich gibt. Der verfeinerte Quarz. Mal von dem hab ich jetzt fast einen 99er-Stack voll. Ähm, ja, für was brauchen wir den denn? Für irgendwelche Dinge zum Herstellen später. So, ja gut, den Hut behalte ich mal. Den Fedora. Aber die Lederschuhe und die Le... Was? Lepritschorn-Schuhe brauche ich nicht, weil erst... Warum sind eigentlich die Lepritschorn... Sind das Frauenschuhe, die Lepritschorn-Schuhe? Nee. Sieht so aus. Ich hab nämlich zwei von denen. Wie heißt diese... Die Schnalle ist aus massivem Gold gefertigt. Plus zwei Verteidigung, plus eins Immunität. Und halt die Lederschuhe. So, es ist 20 Uhr. Äh, warum nicht? Warum nicht? Wenn ich hier schon mal eine Axt hab, kann ich auch den großen Baum zerstören. Oh, der gibt schön viel Hartholz. Acht. Das ist okay. Ich glaube, das kommt sogar auch nicht wieder, ne? Nein, nur im verwunschenen Wald. Naja, klar, das weiß ich. So weit war ich auch schon. Und da auch nicht die Baumstämme, sondern nur die Baumstümpfe, die großen. Naja, ja, ja, genau. Das nächste, was ich verbessern sollte, ist meine Hacker. Dann kann ich nämlich die großen Steine hier auch weghauen. Dann sind die nämlich auch fort. Aber guck mal, wie viel Gras hier gewachsen ist. Ah, der Chris ist da. Hi, Chris. Hallo. Ach, grüß dich. Moment, ich muss da mal... Na, du Mutiger. Ja. Hat der Pommes-General eigentlich Tschüss gesagt? Der war nämlich mal kurz im Steen, aber dann ist er wieder gegangen. Hab ich kurz. Ich versprochen. Ja, der wird wirklich nur ganz kurz da. Ja, ja. Hast du die Krankenwagen-Mission noch geschafft, Chris? Weil ich war dann... Nein, nein, nein. Sorry. Ich hab noch eine Info hinterlassen. Ah, okay. Alles klar. Ich bin auch so, es ist dann auf drei Kasten gekommen. Da ist es schwupps. Ja, aber GTA-Krankenwagen-Mission sind immer Käse. Genauso wie die Polizei-Mission. Naja, GTA ist nie so meins gewesen. Nee. Ich hab Vice City mit nem Kumpel sehr lange auf der Playstation 2 gespielt, aber wie gesagt... Ich wollt grad sagen, nicht mal die alten San Andreas, Vice City, Dreier... San Andreas, nein. Das ist komplett an mir vorbeigegangen. Also ich wusste, dass es gibt. Ich hab's gespielt. Ich hab's mal ganz kurz gespielt, aber... Nicht so, dass ich sagen würde, da ist jetzt, aber... Hm, ich hab das zu Tode gesuchtet. Ja. Man merkt's. Naja. Ja, es lachs nicht. Und wie weit bist du schon gekommen, Grafischen? Siehst du doch. Zwischen her? Das siehst du doch. Ja, wir krebsen noch im ersten Jahr rum, da kannst du halt noch nicht viel erwarten. Ähm, ja, jetzt geh ich erst mal pennen und geh dann morgen zum Abenteurer Marlon und verkauf den ganzen Scheiß mal. Hm. Ja, wir haben schon den 19. Tag. Schade, sonst hätte ich gesagt, hau nochmal die komplette Kohle auf den Kopf und pflanz Kürze. Aber da reicht die Zeit nicht mehr. 50 Gold für so einen Quarz, das ist ja fast gar nichts. Das ist eigentlich, das ist aber nicht schlecht. Das ist aber nicht schlecht. Wenn du, wenn du 100 Stück hast... Ja, schon. Ich mein, mittlerweile, ich krieg ja auch langsam, ich krieg ja auch durch diese, durch diese, ähm, Krabbendinge recht viel. Ich würd dir halt echt raten, im zweiten Jahr, äh, volle Knülle auf, ähm, Ackerbau zu gehen. Ackerbau. Ja. Pflanzen, 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 pflanzen. Achso, ich wollt ja ein neues Futter-Silo holen und ein fürs nächste Jahr neues Feld. Oh nein, schon die ganzen Haus-Upgrades später kosten so viel Kohle. Ja. Ähm, dafür brauche ich... Ich hab's mir doch irgendwo aufgeschrieben. Mein Notizbüchlein, mein Kleines, ist schon fast voll. Was, was, was meinst du? Ich brauch 100 Steine, 10 mal Leben, 5 mal Kupfer. Stimmt, das muss ich machen. Ich will mir noch ein Futter-Silo bauen. Ah. Und auf jeden Fall solltest du spätestens am 28. Herbsttag alles absensen. Weil im Winter ist das Ganze heute kaputt. Ja, das ist... So viel, so viel Dinger kann ich gar nicht abbauen. So viel, äh, so viel, ähm... Oh, mit einem zweiten Silo kommt schon was zusammen. Ja. Zweites Silo will ich jetzt so schnell wie möglich bauen, aber das war's dann auch schon. Weil mehr hab ich einfach nicht. Ja, würd ich, würd ich dir auch empfehlen. Ich mein, vom Preis her ist es ja noch recht günstig. Ja, kostet fast nix. Halt, die alte... Das einzige, was halt nervig ist, sind diese 5 Kupferbarren. Aber ich denke mal, das ist ja auch recht schnell gemacht. Ja, Kupfer ist kein Problem. Das bedeutet, ich versuch heute oder morgen... Ah, heute schaff ich's wahrscheinlich nicht mehr, morgen oder übermorgen die Robin dann nochmal mit einem Futter-Silo einen Auftrag zu geben. Die brauchen ungefähr drei Tage und dann kann ich den ganzen Scheiß absensen. Und dann kann ich anfangen, mir mal... Dann kann ich mir mal anfangen, noch ein Feld anzubauen, damit ich im Frühling mal richtig loslegen kann. Oh ja, auf jeden Fall. Ich hab jetzt vergessen, meine Krabben abzuernten. Aber ist egal, ist kein Problem. Ich könnte eigentlich auch mal meine Fressalien-Truhe verkaufen, aber ich tu mich da mal so ein bisschen schwer damit. Es gibt nämlich auch gut Kohle. Also da hab ich einmal meine Truhe verkauft. Ähm... Mit dem... Ähm, ich glaub, ich würde sagen, im Winter bist du eher damit beschäftigt, viel auf, äh, viel Mine und so einen Scheiß zu machen. Ja, Winter ist Angeln und Mine und sowas, ja. Weil da wächst ja halt nix. Ja. Das bedeutet, im Winter kannst du eigentlich Kohle ranschaffen, dass du im Frühling dann loslegst. Und bei, ab dem zweiten Winter mach ich sehr viel Geld mit der, mit der Wintersaat. Weil die kannst du dann ja immer wieder kombinieren. Und dann kannst du zehn Witter daraus, äh, erstellen. Aus so einer Saar. Also da kommen dann zehn neue Winterpflanzen aus einem Saarbeutel raus. Du musst halt nur vier dafür investieren. Und wenn du das mit großen Fellern machst, wirst du reich. Ähm, ich hab jetzt davon nichts verstanden. Vor allem mit Sammler-Skill auf zehn kommt alles auf Iridium-Qualität raus. Und wenn du das dann mit Iridium-Qualität verkaufst, kannst du pro Winter ein paar hunderttausend machen. Was? Also hunderttausend jetzt vielleicht nicht, aber mehrere zehntausend. Nee, generell. Also mach mal langsam. Ich hab davon nichts verstanden. Jaja, alles gut. Mach dir da mal keine Gedanken. Hey, ich kann die Fackeln hier abbauen. Das ist ja cool. Ich weiß nicht, wie viel die Fackeln bringen, aber verkauft es verkauft. Wann macht der Marlon auf? 14 Uhr. Okay. Was meinst du mit Wächst dann noch was? Ja, du hast ja gesagt, im Winter wächst nichts mehr. Aber ich glaube, du kriegst irgendwann so ein Wintersaat-Dingsbums, was du mit anderen Pflanzen kombinieren kannst. Ja, ja, genau, genau. Du kannst ja aus jeder Jahreszeit so eine Saat-Kombination machen. Ja. Also, weiß ich gar nicht. Was eigentlich mit der wilden Saat? Weil die wächst doch eigentlich immer aus jedem Bereich. Auch im Winter, oder? Genau, nee, im Winter nicht. Aber die wilde Saat pflanze ich meistens im Herbst an. Weil da die Ertrag des reichsten Pflanzen ploppen können, wie zum Beispiel Kürbisse oder so. Ah, okay. So, naja, ich will erst mal Kupfer sammeln und Käferfleisch. Dafür bin ich ja jetzt aktuell hier. Genau. Ich denke, beim ersten Jahr nehme ich das alles gerade vielleicht ein bisschen zu, ähm, zu locker. Aber na gut. Ich meine, das Spiel hat ja jetzt kein Ende oder so. Ja, ey. Der Typ wird ja auch nicht älter der Bauer. Selbst wenn du 100 Jahre zockst oder so. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, bei Harvest Moon, The Wonderful Life für die Playstation 2 und für die Gamecube, da hat das Spiel ein Ende. Da kriegst du nach dem ersten Jahr, also es dauert schon ewig, aber ich hab's mal geschafft, dass der irgendwann halt stirbt. Und nach dem ersten Jahr wird dir dann eine Hochzeit aufgezwungen. Dann kannst du dann entweder die Rothaarige, die Blonde oder das Bauernmädchen angeln. Und wenn du einen Scheiß direkt draufgegeben hast, kriegst du automatisch das Bauernmädchen, was eigentlich voll am... Die eigentlich total lieb ist. Und deswegen hab ich mich nie drum gekümmert, weil ich mir dachte, ey, die willst du sowieso haben. Und von daher, ähm, hab ich mich nicht drum gekümmert. Und dann fängst du natürlich das zweite Jahr an mit nem Sohn und dein Haus wird erweitert und dann, ähm, spielst du halt 3-4 Jahre und dann kommt das nächste Kapitel und da bist du dann älter, dein Sohn ist kein Baby mehr, was du auf den Arm nehmen kannst, sondern ein Kleinkind schon und irgendwann wird er halt ein Jugendlicher und so weiter und so fort. Und dann, dein Charakter wird halt auch zunehmend älter. Okay. Der kriegt dann nach dem, im dritten Kapitel, kriegt er dann so, ähm, kriegt er dann so graue Ecken und im letzten Kapitel hat er dann richtig graue Haare. Und irgendwann, deine Frau halt genauso, beziehungsweise viele, ein NPC, die Oma und der Opa hat NPC, die, äh, die Oma stirbt dann, die Nina sozusagen, da siehst du, siehst du dann nur noch ein Grab und das ist schon, für ein, für ein, für ein Spiel, das ab 6 ist, ist schon relativ realitätsnah und ich muss sagen, super. Und die Leute werden halt auch älter dann, ne? Also, du siehst da schon einen Fortschritt, wo ich sagen muss, not bad. Okay, ich glaube, die großen Felsen bringen nichts, außer Steine. So, nochmal einen Müsli-Riegel gegessen, zwei Stück, warum nicht? Geil, die großen bringen immer nur 10 Steine. So, war jetzt nicht viel, aber, bringt es eigentlich was, Quarz aus, äh, Quarzbarren zu machen? Ich habe das Gefühl, dass der immer nur, der immer nur dieses, diesen, Naja, wenn du Quarz in den Ofen steckst, kommt verfeiner da Quarz bei raus. Achso, ja, das, was ich auch aus Müll rauskriege. Super. Aber wenn du bei Mani noch ein bisschen punkten willst, kannst du dir Quarz schenken. Die Mani, ich weiß nicht, ich habe die Boxer Shorts vom, ähm, vom, Nice, einen Zwergchen Helm gefunden. Geil. Ja, es ist, ein Artefakt, okay. Ich weiß nicht, wusste nicht ganz, ob ich den schon habe, oder nicht. Das siehst du immer daran, wenn du auf den Helm gehst. Ja, ich weiß, das habe ich ja jetzt gerade eben. Ich dachte nur, ich sage es mal so, in unserer Gemeinschaftsfarm hatten wir den schon. Und von daher, ähm, weil, ist ja dann immer der Text so wie, naja, der sagt dir dann, Günther, Günther sagt dir was dazu, oder halt, ah, genau, Das ist schon klar. Ich glaube, nämlich zwergischer Helm, der gab nämlich, als wir den verkauft haben, richtig Asche. Ich glaube 100 oder 200 sogar. 100 oder 200. Das ist von Anfang nicht schlecht, vor allem, wenn du den halt schon hast. Aber dafür läuft meine, dafür läuft meine Mine eigentlich ganz gut. So, wieder Lehm gefunden, super. Noch immer Lehm gefunden. So, ja, Lehm ist komischerweise relativ selten. Also man findet es nicht so einfach. Also nicht so einfach, wie man eigentlich sollte. Es ist fucking Lehm, Mann. Und, naja, hast halt hier kein Pampuli, was den ganzen Tag, äh, Schlamm frisst und daraus Lehm macht, mit dem es dann spielt. Äh, ja, es ist, äh, es ist ein Pokédex-Eintrag von Pampuli. Ich wusste jetzt nicht mal, dass es ein Pokémon ist. Ja, das ist so ein Pony-Pokémon, das irgendwie so Schlamm-Dingsbums hat und das ist, äh, leicht eklig. Achso, ab Generation 3 war ich raus. Ich auch, ich kenn's nur aus Videos. Obwohl, der Lux-Like-Link, muss man sagen, das hat er richtig gut gemacht. Also, es ist selten, dass ich irgendwie, äh, das hat er gut gemacht. Also, kann ich dir echt mal empfehlen. Der Lux-Like-Link hat, ähm, halt mal ein Pokémon-Y-Netplay gemacht. Und das war richtig gut. Also, der Typ hat's drauf. Ich hab auch das Gefühl, dass der, glaube ich, ADHS oder so hat. Also, der kommentiert richtig und ist die ganze Zeit am Summen und blablabla und am Quatschen und dann muss ich sagen, wow, not bad. Also, das für so jemanden, der ist fürs Let's Play geschaffen. Der hat übrigens auch Stuffbox-Adventure-Let's Played. Fand ich ganz cool. Und, ja. Ja, der ist ja auch schon ewig dabei. Das stimmt. War ja auch, äh, als, äh, Play Massive noch unter der Leitung von Kronk gewesen. Das war ja auch in der Crew mit drin, mit Honeyball und mit dem Tobi Nator war, glaube ich, auch noch, auch damals schon dabei. Und solche Sachen waren eigentlich ganz cool. Obwohl, Tobi Nator und Kronk ja... Nee, Pokémon Go zu Let's Playen, das ist, das ist dumm, das ist blöd, das... Wie sollen wir das denn überhaupt... Wie sollen wir das denn überhaupt machen? Nee, das ist auch rotzlangweilig, ganz ehrlich. Ja, das Spiel ist ohnehin nicht ganz. Das ist... Keine Ahnung, warum die das entwickelt haben. Scheint auch lange. Ich meine, der Hype war riesig am Anfang, ne? Ja. Willi braucht Brombeere, Auftrag annehmen, nehme ich doch. Achso, ich wollte ja zu dem, zu dem, zu dem Marlon Aurori, müssen wir das doch sagen, Mensch, ich vergesse das doch. Ja, Marlon hat noch auf. Ja. Ähm, Pokémon Go ging komplett an mir vorbei, weil meine technischen Devices alle zu alt dafür sind. Also irgendwann lief es nicht mehr auf meinem, auf meinem iPhone 4 lief das nie so wirklich. Auf meinem Apple iPad Mini 2 lief das mal, lief das so einigermaßen. Ähm, dann ist eine wasserdichte Flasche, nicht wasserdicht geworden, hat mein, äh, äh, mein iPad Mini mitgenommen. Jetzt habe ich mir ein iPad Mini 1 geholt, aber da läuft jetzt, auch auf meinem iPhone 4S, läuft das nicht mehr. Das bedeutet, Pokémon Go ist für mich aktuell ein neues Device, nur um Pokémon zu spielen, äh, nur um Pokémon zu spielen. Äh, ich weiß nicht. Kleiner Magnetring, 50 Gold, das ist ja fast gar nichts. Naja, Hauptsache das Zeug ist weg. Oh. Boah. Ist ein paar Bonze erlegt, ich kaufe die Beute. Silberschwer, Säbel. Kannst du alles vergessen. Kannst du alles vergessen. Du spinnest, äh, hat die Emily davon erzählt. Da muss man irgendwie den Bus reparieren. Die Frage ist, wie repariere ich den Bus? Macht man das automatisch? Naja, mit dem Tresor aus dem Haus, aus dem Lager. Ach so, deswegen war der bei mir, äh, bei meinem letzten Spielstand so früh. Stimmt. Aber du musst halt jedes Mal 5 Nataler zahlen, ne, wenn du in die Wüste fährst. Ja, aber ich denke mal, das, was du in der Wüste findest, das gibt dir das, das hat sich wieder raus. Äh, äh, Wie gesagt, äh, wie gesagt, in meinem alten Spielstand, kurz an der Editor-Datei rumgeeiert, 12 Mio reingehauen oder 99 Mio, da guckst du nicht mehr nach, ne? 500 Euro, nur noch Taschen gehören, ne? 99 Mio reingekloppt, ja, warum nicht? Mach rein in die Rüstung. Na, ich wollte mal gucken, ob wann das Spiel anfängt abzustürzen. Hoffentlich nicht. Das ist zujahrelisch. Noch. Ich glaub, die Schleudern kannst du noch nicht mal verkaufen. Ja, ich weiß, ich hab's gerade gesehen. Achso, hab ich nicht aufgelacht. Ähm, so, warte mal, Grünalge kommt woanders dahin, der Pilz kommt hier oben hin. Wunderbar. Ja, es kommt immer drauf an. Ich finde, ich weiß nicht, wie war, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich hab Pokémon Go nur zur Anfangszeit gespielt, deswegen weiß ich nicht, wie sich das jetzt mittlerweile entwickelt hat. Von daher bin ich etwas, äh, bisschen stiller. Aber als es rausgekommen ist und ich es gespielt habe, war es halt ultra langweilig, weil du wirklich nur, ähm, fang drei Taubsis und setzt zwei Taubsis ein, um Taubsi A irgendwie stärker zu machen. Und so ein Kram. Oder hast Eier und dann lauft fünf oder sechs Kilometer. Ich weiß nicht, das war nicht so meins. Das war nicht so meins. Aber ich weiß halt nicht, was da jetzt alles noch dazu gekommen ist. Warte mal, Honig, wo kommt der denn hin? Fresstruhe. Wunderbar. Und jetzt erst mal, ah, ich hab Eisenerz gefunden. Super. Ah, müde. Ja, schon. Anstrengender Tag. Was hast du gesagt? Anstrengender Tag. Ja, heute war lange im Büro. Neues Herstellungsrezept, Kriegerring. Cool. Wolltest du jetzt eigentlich Abigail oder Hayley heiraten? Hier sogar, vielleicht sogar die Hayley. Oh, ich hab sechs Herzen. Ich glaub, hier in meinem Privatspielstand nehm ich mir doch mal die Hayley. Da, Hayley kann ich dir empfehlen. Hayley ist nicht schlecht. Ähm, Dingsbums Spielstand, ähm, Together Spielstand, da ist die Abi geil meine. Da geh ich mir nur mit der Abi geil richtig steil. Auf der Zeil. Ja, weil sonst hätte ich dir gesagt, oder hätte ich dir empfohlen, den goldenen Kürbis auf jeden Fall. Also Kürbis mit Goldsteinqualität aufzuheben, bis Abi Geburtstag hat und ihn dir dann schenken. Ja, kann ich ja sowieso machen. Ja, aber am Geburtstag, ne, versiebenfacht, versiebenfacht sich, äh, blblblbl, der Wert. Oh. Ich kann schon mal reden, So. Jetzt geh ich gleich zu Robin und sag ihr, dass die mir hier ein neues Dingsbums bauen soll. hat er den Geburtser. Das ist gerade mal schnell. Ich kann ja. Oh, sehe ich ja dann. Sehe ich ja dann. Abigail hat 13. Herbst. Oh, der ist gerade abgelaufen bei dir. Abi geil. Abi geil. Wenn schon. Harley Davidson hat am 14. Frühling. Harley Davidson. Ja, ich verpasse auch sämtliche Geburtstage. Manche absichtlich. Das ist normal, ja. Ich glaube, den Geburtstag von der Abi geil, habe ich sogar mitbekommen. Oder war das von einem anderen Geburtstag? Auf jeden Fall habe ich da jemandem was geschenkt und das war irgendwie nicht so geil. Ich habe heute Geburtstag. Du schenkst mir das. Der Schuss kann natürlich auch nach hinten losgehen. Das war halt, wenn du dich trottschelst. Das war halt irgendwas. Oh. Werden die halt siebenfach, der wird dafür auch abgezogen. Ich glaube, das war bei Sam, den habe ich, glaube ich, ein Stück Müll geschenkt. Am Geburtstag. Müll schenken? Wer mag den Müll? Niemand. Das war eigentlich so ähnlich wie bei Harvest Moon, das war eigentlich so ähnlich wie bei Harvest Moon, wo halt der Jan vorbeigekommen ist und ich dem dann so ein bisschen was zu Harvest Moon erzählt habe. Und er hat gesagt, ja, zweiten Jahr hast du halt hier dein Kind das Ganze halt so auf den Arm nehmen mit dem Kuscheln, ein Bäuerchen machen oder ihm halt werfen, zum Beispiel in den nächsten Mülleimer und dann war auch Geschichte. Da musste ich halt selbst so drüber lachen. Hatte halt ein Lachflaschen, ich weiß noch nicht mal, warum. Genau, zu Robben wollte ich. Robben, ich habe hier was, ich habe eine große Latte für dich. So. Bett ruf dich. Ja, aber. Sonne ist so. Ah nein, ich habe kein Leben dabei und, oh, ich habe es nicht, leck mich noch. Ja, wobei, Zähne haben wir schon, ne? Schwarz, ich gehe eigentlich nie ins Bett. Bist eine Nachteule, ne? Ach, richtig eine Nachteule. Ich muss ja eh wieder früh raussehen, doch, immer zeitig. Also wenn ich, wenn ich arg früh rausmüsste, wäre es mal bei mir auch was anderes, klar. Ist immer so. Aber dafür verdienen wir ja was. Jetzt habe ich jetzt nochmal noch. 3,50 Mark. Noch als Selbstständiger muss man doch gar nicht mal so schlecht verdienen. Na, sag das nicht. Na gut. Jetzt gibt es keine Angestellten mehr. Das stimmt. Was, es gibt keine Angestellten? Stell dir jetzt an. Hm. So, jetzt aber zu Robin. Robin, Butter. Was ist das? Schmecken? Ja, wie gesagt, als Selbstständiger ist es eigentlich relativ schwierig, weil da bist du nämlich an die, an deine Kunden halt gebunden. Das bedeutet, wenn halt die Kunden irgendwie, gerade zu der Corona-Zeit aktuell, halt alle ein bisschen ausbleiben, dann kann es auch mal ganz schnell sein, dass es in deinem Geldbeutel geringer wird, als monats vorher. von daher ist es halt schon immer so ein bisschen unterschiedlich. Da, da ist immer unterschiedlich. Hat Vor- und Nachteile. Hm. Hütte, 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 will ich nicht. Ich will ein Silo bauen. Nein, nicht zerstören. Och. Reiß am besten deine Bude ab. Auf. Ich glaube, das kannst du gar nicht. Ich finde es lustig. Ich kann jetzt mit dem linken Stick hier vom Controller, kann ich den Mauszeiger ja bewegen. Und wenn ich zu schnell aus dem Bild rauscrolle, dann bin ich jetzt, jetzt zum Beispiel ist der Mauszeiger auf, ähm, im zweiten Monitor, auf dem dritten Monitor. Das ist halt lustig. Alter, guck dir dieses ganze Scheiß an. Okay, ich will jetzt wieder mit anfangen, dein neues Hof gebaute Siedel zu arbeiten. Super. Das ist ja schon dein drittes. Ich habe gedacht, du hast erst zwei. Äh, äh, erst eins. Nee, ich habe zwei. Und die sind halt voll. Jetzt hast du drei. Drei Tage. Ja. Ich will nämlich das ganze Heu nicht unbedingt vergeuden. So, jetzt bin ich nochmal zu Abigeil. Da gehe ich voll steil bei der geilen Braut. Ich bin geil. Abigeil. Geil. Abigeil ist das. Ist das nicht Abigeil? Ich bin so ein Lied von Geil. Ja, toll. Wo hieß denn das? Das war von Deppich Mord. Leider geil. Äh, nee. Nein. Wo ist denn Bonko? Was? Ja. Das müsste es sein. Was du nachtsigern. Ach du Scheiße. Na gut. Dann will ich mal gucken. Ich weiß gar nicht. Ähm. Ich habe ja jetzt sechs Herzchen bei der Hayley. Ja. Wo ist die alte denn hin? Ich dachte, ich muss ihn nicht aus, um das Event zu triggern. Hast du versteckt? Ja, wenn die Hayley nicht da ist, dann, äh, gibt's auch kein Event. Na gut. Dann am nächsten Tag. So. Was wollen wir dann jetzt? Ich habe gerade, ich habe keinen Plan, was ich hier mache. Ich laufe die ganze Zeit rum, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, es bringt nichts. Du musst dir wirklich, ich habe so das Gefühl, Stardew Valley, da musst du dir wirklich Ziele setzen. Und musst wirklich sagen, okay, das will ich in den nächsten Tagen machen. Kohle. So, ich werde jetzt erstmal hier dieses provisorische Feld abbauen. Ich habe es zwar schön aufgebaut, aber mit den neuen Infos muss ich das umbauen. Ich glaube aber, die, die beiden, die hängen immer aufeinander rum, Hayley und Alex. Das stimmt. Oh, ist doch blöd, warum kann ich denn den Zaun nicht abbauen? Und ich wollte mal in den Zauberwald reingehen, einfach nur um ihn mal zu sehen. Okay, drin ist schöne Musik. Nee, nee, es geht halt darum, dass ich die Vogelscheuche woanders hinsetze. Die hat ja den Radius in alle Himmelsrichtungen. Das bedeutet, ich werde die irgendwie mittig setzen. Und deswegen wird das Feld hier alles, wird das Feld hier nochmal ein bisschen größer gemacht. Das bedeutet, die setze ich so in die Mitte und dementsprechend muss es, und dementsprechend muss das alles nochmal neu geplant werden. Das wollte ich ja eigentlich auf Papier machen, aber leider sagt das Creator-Update von Windows, nein. Windows sagt nein. Boah, ich hab mir letztens mal wieder ein paar Staffeln von Little Britain reingezogen. Ach, herrlich. Es ist einfach wunderbar. Es ist einfach politisch inkorrekt. Das kannst du ja heutzutage theoretisch nicht mehr machen, weil ja sofort alle Gutmenschen dann aufschreiben und sagen, äh, 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 äh. Ach, genau. Und irgendwie genau dann gleich sofort anfangen, die Baseballschläger zu schwingen und die nächste Stadt zu zerdeppern. Hashtag RIP Stuttgart. Party People. Komm, am Arsch ist du's da. Das war das dann in Hamburg mit dem schwarzen Block. Waren ja auch, wir protestieren gegen die, äh, gegen, äh, gegen die Landesschefs. Weißt du, was machen wir als Protest? Erstmal die gesamte Stadt kaputt machen. Und das nenne ich protestieren. Und dann gibt's halt ein paar Leute, die wirklich friedlich protestieren und die haben dann die Arschkarte gezogen. Das ist scheiße. Das ist nicht in Ordnung. Äh, naja. Auf jeden Fall, ähm, will ich erstmal meinen Scheiß hier ablegen und dann muss ich mal gucken, dass ich die... Scheiße, Isar. Scheiße, Isar. Stimmt, stimmt. Das war bei South Park. Ja, ey, du kennst das. Das war bei South Park. Ike? Achso, ich rede ja nicht mit dir. Könntest du sagen, dass das Dreieck mir gehört? Dreieck seins! Könntest du ihm sagen, dass er ein Haufen Stück Scheiße ist? Scheiße, Isar. Scheiße, Isar. Das ist einfach herrlich. Das war sogar eine von den ersten Staffeln. Ja, ja, ja. Robustroi sitzt in der Chefkurse. Wollt ihr mich verarschen? Nein, nein, ich will's gar nicht wissen. Irgendwann hat er einfach die Schnauze voll gehabt. Barbara Streusalze. Ja, Barbara Streisand. South Park, oh. Könnten sie mir... Könnten sie mir... Könnten sie mir... Die Schieler natürlich, voll der Fan. Könnten sie mir ein Autogramm geben? Meine Schwester würde glatt aus dem Korsett platzen. Hahaha. Alter, die Schieler. Oh Mann. Warum ist immer einmal im Monat an bestimmten Tagen Kiles Mom immer so richtig angefressen? Und ich bin der... Ich bin der Angeschissene. Hahaha. Gestern hat mich eine Mutter von euch angesprochen. Oh Mann. Welche Mutter könnte das wohl gewesen sein? Hahaha. Der Cartman einfach zu göttlich. Es ist einfach herrlich. Oh, schön. Ah, wunderbar. Cartman, der alte das ist... Hahaha. Oh, oh. Die Mutter von deinem Freund Kai hat angerufen, hat gesagt, dass die Sendung nix für dich ist. Halt die Schnauze, mein Pupselchen. Ja, genau. Oh, 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 oh. Was ja eigentlich ganz lustig ist, wo sie dieses böse Paralleluniversum aufgemacht haben und auf einmal so ein Cartman mit Bart reingekommen ist und der voll lieb ist. Total nett und total happy, weißt du? Oh mein. Ich hasse Stan und Kyle. Die finde ich gar nicht geil. Wo sie den ans Kreuz genagelt haben. Auch. Es ist so schön. Kinder, was wollt ihr denn? Ja, ich versuche gerade herauszufinden, wie ich einen Ständer bekomme, dass ich den meinen Papa stecken kann. Dann werden sie aus dem Laden geschmissen, weil die keine Ahnung haben, was abgeht. Das ist natürlich bei Kiles Eltern. Das ist so herrlich. So, erstmal dem Hund was zu trinken geben. Das geht ja nicht, dass er hier verdurstet. Dann kriege ich wieder Ärger mit dem Justin, wenn ich meinen Hund vernachlässige. Da musst du aufpassen. Wenn du ein Spiel mit dem Hund hast und du den Hund vernachlässigst und der Justin als Zuschauer da ist, der springt ihr durch sein Device, wo er gerade zuguckt, durch die Leitung aus OBS und tritt dir ins Gesicht. Nö. Doch, das ist wirklich... Da kennt er Justin nix hier. Da ist vorbei mit Spaß. Oh, Spaßhausen. Spaß muss sein. Aber wenn du da hier irgendwie einen virtuellen Hund oder so vernachlässigst, dann ist aber... Dann ist aber vorbei mit Spaß. Genau. Ähm... Okay. Das kommt da rein. Das, das und das. Okay. Ja, genau. Weil nur Wasser auffüllen bringt nicht so viel Herzen. Du musst das Viech auch streicheln. Ja, komm, meine Güte, kriegt ihr hier ein bisschen... Ach so, den hab ich ja total vergessen. Den hab ich ja auch noch im Inventar. Och, Mann. Erst mal den Hund gießen, genau. Natürlich. Ähm... Ist hier Robin eigentlich schon am hämmern. Boah, ey. Es wird Zeit, dass du mal ein Pferd kriegst, denn das Rumlaufen ist so lang. Ja, ich bin noch dabei. Meine Güte, lass mich erst mal hier ein bisschen... ...aufräumen. Du musst Kohle machen, junge Kohle. Großen Scheine. Big Monies. So. Ja, ich weiß, dass es nix bringt. Ist egal. Hauptsache, die Alte kann mal ein bisschen hin und her laufen. Alter, die arbeitet auch krass. Ey, guck mal, die hämmert zweimal drauf. Und jetzt schläft sie erst mal. Jetzt hämmert sie dreimal. Oh, jetzt geht's ab. Oh, Mann. Gleich macht sie die Augen zu, dann... Mittagspause. Die Robin, ey. Die ist echt nur am hämmern hier, die Alte. Komm. Die hämmert... Die hämmert bei dir auf dem Hof ganz schön mal ein bisschen rum. Und abends der Demetrius, der bei ihr hämmert. Ja, ja, ja. Ich hab so viele Bromben im Inventar. Ich weiß nicht, wem ich die alle geben kann. Hier, zum Beispiel, wenn hier so... Oh, zwei Würmchen. Geil. So, was haben wir hier? Ein Buch. Super. Und was haben wir hier? Lehm. Ist okay. Zwei Würmchen nebeneinander hatte ich auch noch nicht. Oder fast nebeneinander. Boah, jetzt erst mal zu dem scheiß Gunther. Ich bin Olaf. Und das hier ist Olaf. Und das ist Olaf. 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 Und das ist unser Schiffskoch. Olaf. Spongebob. Und ich bin... Lass mich raten, richtig. Ich bin Gunther. 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 Kann ich auch. So. Museumsspenden. Endlich den Helm. Ja, das Museum ist langsam voll. Neue Belohnung. Wieder was für mein Haus. Wetten, da kann ich es wieder zumüllen. Es war so klar. Großer Futanbär. Ja, super. Großer Futanbär. Ja, das ist schön. Ja, das ist bei eurem Multiplayer. Ja. Jetzt weiß ich es. Ja, das Dingsbums zählt ja für alle. Und das ist ja so ein bisschen das Problem. Da kriegst du auch keine Benachrichtigungen, heißt er. Wenn da jemand in der Mine gewesen ist und da ein paar Sachen da reinsetzt, da kann es schon mal passieren, dass du da ganz schnell fünf, sechs verschiedene Sachen irgendwie... Oh, ein Haufen Gunther-Shit. Ja, das meiste habe ich ja schon. Also. Glaube ich. So, ähm, Gunther kann dir was dazu erzählen. Das ist Alamit. Gunther kann dir was erzählen. Na, der Rest. Na, zwei Sachen. Da geht's rund. Rund und runter bei dem Gunther. Ah, ich warte immer, bis ich so 50 oder 100 von den Dingern zusammenhabe. Und erst dann gehe ich zum Clint aufbrechen. Okay. Ja, wegen jeder einzelnen Gehode zu Clint laufen. Naja, ich warte auch immer, bis ich ein paar habe. Wunderbar. Könnte ich irgendwas abholen? Nein. So, ähm. Okay. Ami, geil. Hier habe ich was für dich. Ich liebe so Zeugs. Ernsthaft? Du bist echt super, Sascha. Oh, das gab aber richtig Herzen. Der Kürbis mit... Hey, sag doch. Du musst bis zum Geburtstag warten, Junge. Alter Schwede. So, jetzt will ich aber mal zu Hayley. Ich will das Sex-Herz-Event triggern. Da rollt die bestimmt wieder rum. Der Kai hat's mir ja gespoilert, dieser glorreiche Halunke. Oh. Das bedeutet, die verliert... Die verliert eine Kette. Und dann muss ich nebenher das Haus von Elliot an den Strand die Kette holen. Ach so, ja. Dann ist es aber... Das Event ist dann nicht am Haus, sondern am Strand. Da war ich jetzt auch schon lange nicht mehr. Alter. Oh. Aber wem, das ist wieder der letzte Mal. Hayley. Hayley, was ist los? Diesmal gebe ich ihr eine patzige Antwort. Sascha, komm schnell her. In meine Arme. Mir ist so kalt. Mein Armband ist weg. Ich weiß, dass ich es noch hatte, als ich hier angekommen bin. Aber jetzt ist es weg. Und ich kann es nicht mehr finden. Ich helfe dir suchen. Ich werde es nie ersetzen können. Ganz ruhig. Ich kaufe dir Neues. Es tut mir wirklich leid. Hä? Es soll dir leid tun. Echt? Ja. Okay. Weil das war das Ding von der Oma, Alter. Ach so. Wo war das? Ah, okay. Vielleicht wird es an einer anderen Küste angespült. Ich kann die Gedanken nicht ertragen, dass es am Grund des Ozeans sein könnte. Roll nicht rum. Mach Rock hoch und Feuer frei. Na, du weißt es. Nach einem schönen Ritt hast du es auch wieder vergessen. Tut mir leid, Urgroßmutter. Ich habe dein geliebtes Armband verloren. Bitte vergib mir. Ähm, das muss ich sagen, das hätte ich dir... Äh, das hätte ich...